So, schauen wir mal nach, was uns hier erwartet. Wir haben diesmal keine Möglichkeit hier vorher mal irgendwie einzukaufen und ein Video anzugucken. Ich bin gespannt. Okay. Siegbedingungen. Wir müssen die rote Zone mal wieder erreichen. Im Südwesten ist das Ganze. Äh, Südost ist das Ganze. Sarge und Bart darf nicht getötet werden. Ähm, ein Tipp. Ja, wir sollen das hier erreichen innerhalb der ganzen Kisten. Ich nehme mal an, dass wir werden nur ganz knapp da hinkommen, weil sie viele Kisten drumherum stehen. Ich nehme mal an, dass es uns nicht die Zeit bleiben wird, alle Kisten zu erfüllen. Was haben wir denn für Tipps? No Tipps? You're on your own. Use your skills you have learned. Ach, mein Gott. Zum allerersten Mal keine Tipps. Wir haben sechs Plätze frei. Das heißt, sechs Leute können wir mitnehmen, wie immer. Schauen wir uns das Ganze doch mal von oben an. Im Südosten ist unsere Area. Okay, hier haben wir sowas wie, das sieht aus wie, ähm, eine Munitionskiste. Hier haben wir einen Schacht. Das weiß ich nicht, was das ist. Aber einfach nur eine Säule. Einen Schacht haben wir. Okay, das ist... Ich muss mal gucken, ob das hier eine Munitionskiste ist. Es ist eine Munitionskiste. Ach, das sind... Bäume sollen das hier sein. Okay. Ein Schacht hier oben, ein Schacht da unten. Eine weitere Munitionskiste. Noch ein Schacht. Okay, die sieht man von oben nicht so gut. Drei Schächte. Also schon mal hier ist noch was. Wahrscheinlich ist hier oben noch irgendwo ein Schacht. Ja, aber hier oben geht es ganz schön weit. Na gut. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, indem wir einfach mal blind Leute irgendwo hinsetzen. Und so. Und wir schauen uns mal an, was wir denn so erleben. Ich sehe schon den Ersten, der feuern kann. Direkt hier drüben. Hier ist auch gleich jemand. Okay, kurz mal umschauen. Aha, aha. Da oben ist jemand, den wir wegknallen müssen. Vielleicht sollte nicht gerade Brad, der am Anfang mal gar nichts sieht beginnen. Ja, schießt doch mal gleich mal auf die beiden. Feind erledigt. So. Herrschaften da oben. Da haben wir die beiden nämlich schon mal weg. Ganz günstig. Ähm, und. Ja, warte mal. Du musst da oben vielleicht irgendwie hin. Ansonsten spring doch schon mal bitte hier vorne hin. Ja, Brad. Wir müssen uns glaube ich auch mal den Herrn hier drüben kümmern, der. Falsche Taste kurz. Recht gut versteckt hier liegt. Warte mal, kann man hier mal kurz. Und jetzt. Ach, man kann ihn tatsächlich nicht erledigen von hier aus. Na gut, dann. Gehen wir in den Verteidigungsmodus. Brad geht. Hier einmal hin. Feuert einmal. Und feuert ein zweites Mal. Mit der, äh, Light Pass mal gar nicht. Das ist ja mittlerweile ganz gut. Ich war, dachte ganz kurz, dass es gar nicht mehr so gut klappen würde. Aber es geht ganz gut. Äh. Du, du mal eben hier hin. Kannst du ihn schon erledigen? Kannst du nicht. Gut, dann. Also nicht gut, aber. Egal. Dann gehen wir hier hin und schießen überhaupt nicht auf dich. Ärgerlich. Kannst du in die andere Richtung gucken und vielleicht sogar schießen. Auch das nicht. Ja, dann kannst du im Prinzip auch genau da bleiben. Du hast eine Advanced Combat Gun. Das ist nett. Dann geht ab und mal hier in Verteidigungsstellung. Und du wirst einfach mal da nach vorne rennen. Mal schauen, ob das jetzt irgendwie Sinn ergab. Okay, das war doch ein bisschen weniger als erwartet. Hallo. West macht leider keinen Schaden. West macht überhaupt keinen Schaden. Ah, deine Waffe ist schon mal heiß. Das ist sehr gut. Ähm, vielleicht kann man trotzdem Westen zu überreden, dich trotzdem zu erledigen. Weil du könntest natürlich gute Erfahrungen bekommen, nicht wahr? Dann schießt du hier nochmal. Äh, ja, dann kannst du eigentlich wegbleiben. So. Oh, da hinten sind reichlich Leute. Das ist natürlich nicht so geil. Ähm. Warte mal, du hast eine Rapid Fire Machine Gun. Du hast ein Light Plasma Gun. Ähm. Geh doch mal eben hier hin. Es geht los. Und mach den. Und mach den. Genau, ja, das ist eine gute Frage. Wie wäre es, wenn du mal ganz kurz... Äh. Hm. Hm, 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 hm. Nee, komm. Geh in den Verteidigungsmodus. Da kannst du ja jetzt einen kleinen tollen Spinner ledigen. Ähm. Ist hier hinten noch gerade irgendwer herangekommen? Eher nicht. Aber ich gehe davon aus, dass wir uns relativ zügig bewegen müssen. Das heißt, du gehst mal hier hin. Wirst mal eben eine Spinner ledigen gerade auf dem Weg. Und du wirst... Nee, du wirst keine Spinner ledigen. Du wirst weiter nach vorne stürmen. Ich würde mal interessieren, was das für Herrschaften da oben sind. So, auf geht's. Ja, Sir. So, was kann man noch so erledigen? Ähm. Kannst du dich hier hinstellen und eventuell schon mal irgendjemanden töten? Dass das nicht gleich so unglaublich überhitzt dir, das Maschinengewehr. Sehr schön. Und vor allem müssen wir auch ein bisschen Munition sparen mit dem Maschinengewehr. Wir haben da nur 16 Schuss oder sowas. Und ein weiterer Schacht öffnet sich. Es wird komplizierter. Direkt kommen drei von den ekligen Spinnen rausgekrochen, was nicht so geil ist. Ähm. Ja, das... Ja, Sir. Feiter lediglich, Sir. Genau. Kümmer dich doch bitte mal um ihn. Dann gehst du bitte mal hier vorne hin und verteidigst die Seite. Ähm, genau. Da haben wir das Sniper Rifle. Schießt einmal ihn ab. Dann einmal ihn ab und dann geht das Stückchen weiter nach vorne. Das ist sehr gut, dass du mich hörst. Ähm, spring doch bitte mal kurz hier drauf. Oder hätte das ja noch einer. Noch eine Spinne. Habe ich gerade gesehen. Okay. Ähm. Ja. Okay. Wie wäre es, wenn du dich mal hier hinstellst. Und ein bisschen Verteidigungsmodus gehst. Du kannst ja schon mal einen Schritt nach vorne gehen. Und kannst ein bisschen reinhalten. Ja, dann läuft es doch schon mal wesentlich besser. Warte mal, du erlegst das hier hinten gerade, sehe ich. Dann renn du auch noch ein bisschen nach vorne. Damit wir vorne noch ein paar mehr Leute haben. Brad macht diesen hier. War eigentlich für die andere Seite abgestellt, aber so geht es auch. Noch einmal Brad. Und Brad zum vierten. Jawohl. Und ein fünftes Mal. Er sagt, die Waffe wird heißer werden bei dir, oder? Aber ich glaube, bei sieben Schüssen wird diese Waffe heiß. Sieben Schuss jetzt. Und genau so ist es auch. Ja, alle kümmern sich da unten um, äh, Belki. Aber Belki ist gerade nicht so wichtig. Okay. Es kommt gerade keiner hier raus. Das ist gut. Dann renne ich mal kurz hier vor. Ja, warte mal. Kannst du mal ein bisschen nach vorne rennen. Und ihn abknallen. Da haben wir nämlich schon mal einen Schuss weniger verbraucht. Gut, du gehst bitte mal hier hin. Und hilfst einmal hier und einmal dort. Okay, der Herr mit der Light Plasma Gun wird sich mal hier hinstellen. Und wird Leute verteidigen. Und du rennst bitte einfach nach vorne. Ja, oh, ich sehe schon. Hier haben wir eine Milliarde Leute, die gleich hier Stress machen wollen. Ich würde ganz kurz mal speichern. Ähm, und mich mal eben. Ah. Ich stelle mich direkt mal hier hin. Ich will mal kurz. Ne, das will ich nicht. Ich stelle mich hier hin. Ich will mal kurz wissen, wer da oben eigentlich geht. Ah, ist ein Spinn. Das ist schlecht. Dann bin ich gleich tot. Oh, bin ich nicht. Das überrascht mich doch jetzt schon ein bisschen. Dann mach doch mal den hier. Ähm. Du kannst niemanden attackieren? Ehrlich? Das überrascht mich ebenfalls. Äh. Warte mal. Hinter uns kommen zwei Spinnen raus. Da ist gar keine. Okay. Ja, du mit der Advanced Combat Gun gehst du einfach mal in die Richtung. Ja, Sir. Ähm. Du rennst auch nach vorne, weil deine Waffe noch so heiß ist. Right. Du rennst ebenfalls nach vorne. Und du gehst hier hin und wirst mal in den Verteidigungsmodus gehen. Ja. Okay, die Rüstung hält, aber die kleinen Spinnen sind wirklich das Problem, weil der Rest ist ja eigentlich... Oh. Sollte ich tatsächlich, soll ich dieser sinnlose Move tatsächlich dazu führen, dass Brad da oben überlebt und mit Brad meine ich Blakey? Deine Waffe wird vielleicht heiß laufen, oder? Du kommst gar nicht erst dran. Du bist trotzdem attackiert. Deine Waffe ist heiß, aber der letzte wird Brad hier wahrscheinlich erledigen, oder? Nee, er kommt nicht ran. Er kommt nicht dran. Uh, und da ist auch nochmal drei. Ja, Sir. Ja, wunderbar. Einmal auf dich. Und dann springst du bitte schon mal hier hin. Muss das sein? Ja, das wäre super. Ähm. Genau, da bist du schon mal klein, das ist gut. Da bist du da oben tot. Dann rennst du bitte nach oben, oder muss gar nicht mal so groß rennen. Du kannst doch schon mal hinten einen noch... ... etwas verkleinern, wenn das irgendwie geht. Der Herr mit der Light Plasma Gun könnte sich hier hinstellen. Und in Verteidigungsmodus gehen. Ähm. Der Herr mit der Advanced Combat Gun. Okay, tschüss. Du erledigst ihn bitte. Du stellst dich dorthin. Wie sieht es eigentlich mit der Hitze aus? Es geht eigentlich. Warte mal, da kommt einer, da kommt zwei. Ähm. Hm. Nee, stell dich mal ruhig hier hin. Würde dich brauchen. Was gibt's? Und West kümmert sich dann um die Verteidigung hier. Okay. In diese Richtung. Gegenfeuer. Ah, leider nicht getötet. Gegenfeuer. Ah, schade. Das Ganze nochmal. Schade, deine Waffe ist heiß gelaufen. So, jetzt kommen die kleinen Spinnen. Und der Große. Ebenfalls von West. Äh, schade. West sollte sich eigentlich um die Spinne von hinten kümmern. Aber die kommt glücklicherweise nicht dran. Okay, warte mal. Oh, hier sind hinten irgendwie eine Milliarde Spinnen. Das ist natürlich ein Problem. Okay. Okay. Erstmal. Sag mal. Dankeschön. Jetzt bist du zu heiß. Dann renn wir nach oben, bitte. Yeah. Brett. Du wirst wohl. Genau. Du wirst wohl ein bisschen mal gleich in den Nahkampf gehen. Wirst aber ihn vorher nochmal. Ach, mit einem Schuss bedenken. Hat leider nicht gut funktioniert. So. Wir sehen schon, dass wir gleich mal hier schon die Rapid. Warte mal. Ach, warte mal. Das machen wir nochmal anders. Ich speichere nochmal auf Temp 2. Ich glaube, dass ich jetzt mit einem Schuss ein paar erledigen kann. Ähm, dann gehst du in den Normalmodus. Gehst, machst einmal diesen hier genau. Dann legst du diese Spinne. Und gehst ansonsten, ja, ebenfalls nach vorne. Vielleicht kann Wester den kleinen Rücken erledigen. Das bringt ein bisschen, äh... Äh, bringt ein bisschen... Warte mal, du gehst mal hierhin. Sehr schön. Oh ja. Äh, Erfahrungsbude meine ich. Für West. So, dann drehst du dich bitte mal hierhin. Weiter geht's. Noch mal 20. Und wir können die Runde eigentlich schon fast beenden. Das ist ja fast schon ein Geschenk hier alles. Weiter geht's. Sehr, sehr schön. Noch mal 20. Haben wir also insgesamt 60. Oh, von hinten ist schlecht. Läuft aber trotzdem ganz gut. Ja, den haben wir ja erwartet. Dich haben wir ebenfalls erwartet. Und zwei, drei Spinne dürfte es noch sein. Die aber allesamt zermatscht werden dürfen. Sehr, sehr schön. Deine Waffe ist erneut heiß gelaufen, aber du dürftest relativ schnell wieder abkühlen, weil du hast ziemlich viele Läufe. Ah, ja. West. West kann doch mal bitte hierhin gehen. Und jetzt? Und eins? Ah, du sollst ihn eigentlich umbringen, aber egal. Du gehst mal hier vorne hin. Und warte mal, kannst du dich auch da hinstellen. Kannste. Sehr gut. Du kannst ein bisschen wegdolchen. Das ist schön. Besser Verteidigungsmodus. Besser Feuer Modus. Lade euch beide weg. Hinter uns ist nichts mehr ansonsten. Das ist ganz schön. Aber drehe ich kurz mal die Richtung um und gehe noch mal in Verteidigungsmodus. Heute sind mich noch ein paar, die ein bisschen nerven. Du machst. Du machst. Geh ihn weg. Und äh. Ne. Ansonsten gehst du mal hier hoch. Ja, du kannst ihn erledigen. Deine Waffe ist normalerweise jetzt heiß gelaufen. Dann kannst du eigentlich auch da oben. Aber nee, geh ruhig mal hierhin. Oder geh ruhig ein bisschen weiter. Vielleicht kannst du noch die Kiste öffnen. Du könntest. Na, diese Kiste nicht öffnen. Du könntest hierhin gehen. Und gerade noch so noch diese Kiste öffnen. Bleiben es noch drei Kisten. Und ich nehme an, die schaffen wohl in ein paar Runden. Ja, ja, West. Das wirst du schon erledigen. Und das möchte ich auch wirklich nur West lassen, weil die Erfahrung kann er gebrauchen. Hat er aber nicht bekommen. Na super. Dann bleibst du kurz mal hier und wartest die Zeit ab. Ähm, du machst Dinge. Kommt hier hinten überhaupt noch jemand? Ah ja, von hinten kommt tatsächlich noch jemand. Äh, dann gehst du wieder hier in Verteidigungsmodus. Du kannst hier ein bisschen Spaß haben. Du bist tot. Tschüss. Sehr schön. Du kannst ein bisschen nach vorne gehen. Ich hör sie sagen. Das ist ganz toll, dass du mich hörst. Äh, geh bitte mal hierhin und öffne gleich mal die Kiste. Ich hoffe, dass irgendwo auch mal Punkte drin sind. Aber es sind wahrscheinlich nur, also Squill Points. Aber es sind wahrscheinlich alles nur Equipment Points. Okay, dann kannst du zuletzt noch. Ja komm, stell dich schon mal da hin. Dann kannst du die nächste Runde nicht einfach die ganze Runde beenden. Und wir beenden das hier noch. Ihr könnt dich zwar ausrichten, ihr kleinen lustigen Spinnchen. Du wirst zermatscht. Sehr schön. Oh, weitere Erfahrungspunkte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was hat er denn? Kein Erfahrungspunkt. Na gut. Und. Okay. Ich komme trotzdem noch zu dir. Eins, zwei. Schade. Okay. Hm. Wie wäre es, wenn du dich nochmal hierhin stellen würdest? Hier wir sind. Und überhaupt gar nichts ausrichtest. Na ja, dann schieß es auf den da. Und ansonsten, guck in die Richtung. Geht's los? Ja, du kannst ihn leider nicht erreichen. Das ist schade. Dann wirst du hier verteidigen. Du gehst. Hier hin. Dann wirst du die 50 Equipment Points nachholen. Becky wird sich dann die anderen noch holen. Moment, einmal so. Weiter geht's. Nochmal 20. Und das dürften alle Kisten sein, die geöffnet sind. Wir gehen rauf und beenden die Mission. Sehr, sehr schön. Oh, you earned a recommendation. A recommendation meine ich. Wunderbar. Wir haben 56 Leute getötet. und haben nicht ein einziges Mal geschwitzt. Wunderbar. Wir drücken auf Continue. Haben wir ein Video? Nein. Wir haben Residential Area Teil 2. Aber das streamen wir erst in der nächsten Folge. Bis gleich.